Das ist so abgefahren hier. Das ist die Christmas-Fan-Meile hier in Medellin, Kolumbien. Das ist so abgefahren, das kann man sich nicht vorstellen. Hier fährt der Party-Bus Hammer-Krassmann. Und hier ist bis zum Horizont über den Fluss hier so Lichter angebracht. Und da abgefahren. Da oben ist die größte Krippe wahrscheinlich aller Zeiten. Da laufen wir jetzt gleich mal hoch. Verrückt.